Oh ja, willkommen zu Richtig im Autopark, spielen wir. Park heute dieses coole Auto hier. Let's go. Aber lass mal kurz in unserer Garage schauen. Was wir sagen, naja. Drei Mal? Ok. start und einmal einen der Highway, auch City Highway und einmal gucken, was uns hier erwartet einmal einen coolen Rift, jawohl das Auto kann man ja zerschrocken, und zwar richtig ok, 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 ich muss einmal tanken also dann tanken kann man ja und, ist gut wahrscheinlich schon ja, und ich gebe mir mal ganz ja, ich gebe mir mal ganz Das ist nicht cool, oder? Oh! Das ist nicht cool, oder? Das ist nicht cool, oder? Ja, der dampft ja eben. Mensch, nochmal. Was wird wohl mit Treifen passieren gleich? Wollen die das noch aushalten werden? Miau. Wollen Sie sich nicht mehr an, wie es das hier ist? Wollen Sie sich nicht mehr an, wie es das hier ist? Ok Freunde, wir sehen uns im nächsten Video, das war's von diesem Spiel, vielleicht habt ihr einen kurzen Eindruck, wie dieses Spiel so ist und sonst ist der Downloadlink für dieses Spiel in der Beschreibung und ich finde das Spiel ehrlich gesagt cool, eine gute Grafik entsprechend, für die heutige Zeit auf jeden Fall ist es ok, weil das Spiel umsonst ist und so. Ciao, ciao, ciao! Ok, habt mich überledet, ich bleib noch jemanden bei euch und ich fahre etwas Lalo. So, jetzt hier sind wir, ich bleib noch mal, ich bleib noch mal, ich bleib noch mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. No, einmal zurück. Oh, okay from the chow, chow, chow.